Könnte ich nur rein theoretisch ein E-Bike mit USB aufladen? Ich glaube auf ein paar Gedanken dazu gehen wir heute mal im aktuellen Video drauf ein. Hallo, grüßt euch zu einem neuen Video. Könnte ich mein E-Bike mit USB mit Strom versorgen und aufladen? Wäre das technisch denkbar? Ich packe mal meine Glaskugel heute aus, weil aktuell ist noch kein E-Bike mit USB-Lademöglichkeit im Markt. Aber könnte es überhaupt geben und wieviel kann überhaupt USB an Strom ab, dass ich überhaupt da genügend Energie in mein Rad reinbekomme? Dazu fangen wir auch mal da an. Der Gedanke kam zum aktuellen Video, da wo die EU letztes Jahr die Verordnung herausgebracht hat, dass quasi alle Smartphones und Kleinkommunikationsgeräte wie Notebooks und 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 geladen werden müssen über den USB-C Standardstecker. Und von dieser ganzen Verordnung halte ich mal so überhaupt nichts. Es hat mehrere Gründe. Einmal gibt es im USB-C, das ist doch nur ein Stecker, da dahinter noch x verschiedene Ladestandards, die mit diesem Thema Power-Delivery zu tun haben und unterschiedliche Strommengen auf dem Kabel tragen können. Das heißt, wir als Verbraucher haben wahrscheinlich bei dem ganzen Thema eigentlich nur verloren und nicht gewonnen und die Umwelt wahrscheinlich auch nicht gewonnen. Weil hole ich mir jetzt das neuste, tollste iPhone 19, das dann vielleicht mal einen USB-C-Stecker hat, was aber super, super, super Charging kann. Da brauche ich auch ein Ladegerät, was super, super, super Charging kann und brauche ein Ladekabel, was super, 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 super Charging kann. So, und da sehen wir schon, ich muss dann eh noch, wenn ich mir dann ein Smartphone hole, wo kein Ladekabel und kein Ladegerät dabei liegt, auch noch, also brauche ich dann unterm Strich ein Ladegerät dazukaufen und das passende Ladekabel, was auch diese Stromtragfähigkeit hat, dass man auch diese Sachen da damit aufladen kann. Das finde ich genau und da ist der Punkt von der Gesetzgebung für mich schon gescheitert, weil früher lagen die Ladegeräte bei High-End-Smartphones im Regelfall dabei. Uns passende Ladegeräte auch. Und wir als Verbraucher mussten uns keine Gedanken machen, welches Ladegerät oder das Ladekabel jetzt zu meinem aktuellen Smartphone passt. Da hat, ich glaube, für meinen Geschmack die Gesetzgebung oder die EU ein bisschen in die falsche Richtung gedacht. Da wäre wahrscheinlich sinnvoller gewesen, wenn man da andere Sachen oder die Normen mit eingebaut hätte oder, oder, oder. Aber nur einen Steckertipp festzulegen da dafür ist verdammt schwierig. Werdet ihr mal heute sehen im aktuellen Folge, wenn ich meine Glaskugel einfach mal auspacke, wo kommt überhaupt das Thema Charging oder Laden mit USB her? Nämlich gar nicht. USB-A und USB-B Stecker wurden irgendwann mal so in den 90ern eingeführt und hatten gar nicht die Absicht Stromtransportation, sondern einfach nur Daten in einer schnellen Form. Thema Plug-and-Play war damals das große Wort. Heute reden wir Plug-and-Play. Damals gab es kein Plug-and-Play und USB sollte diesen Weg dann beschreiten. Haben sie auch geschafft, die USB-Stecker. Und mittlerweile sind sie ja auch in der IT- und PC- und Mac-Welt im Allgemeinen dementsprechend Standards geworden, die echt cool sind. Aber USB-A und USB-B in der Version 1.0 damals konnte eine Stromtragfähigkeit so von 0,1 Ampere, also so gut wie gar nichts. Da war eine Maus mit Strom zu versorgen, vielleicht eine Webcam mit Strom zu versorgen, dann war es das aber einfach auch schon. Jetzt gehen wir mal weiter geschichtlich. Was kam dann irgendwann mal raus und wann kam dann mal irgendwann die ganze Industrie auf die Idee? Ich packe überall USB-Buchsen rein zum Laden von den Geräten. Ja, da waren sie der EU schon einiges dementsprechend voraus und man sagte, okay, ich baue jetzt ein Ladegerät für eine Digitalkamera, ich baue jetzt ein Ladegerät wie beim E-Bike-Bereich für eine Exe-Schaltgruppe oder, oder, oder schon einen USB-Port ein, wo ich aufladen kann. Irgendwann bekamen die Portsen auch mal eine höhere Stromtragfähigkeit einfach zugestanden. Nur müssen wir eins beachten, der klassische USB-A und USB-B-Stecker, den wir kennen, kann maximal klassisch so maximal 2 Ampere tragen. Jetzt kommen wir an den Punkt, ich rede aber nicht mehr von Ampere, sondern von Watt, dass es vereinheitlicht wird. Das entspricht circa 10 Watt. Zur Rechnung 5 Volt mal 2 Ampere sind 10 Watt. So, und die können circa 10 Watt tragen, was auch die Stecker von dem ganzen Thema Übergangswiderstände und von dem ganzen Thema, sie könnten warm werden, maximal abkönnen. Und dann sind wir an dem Punkt schon weit entfernt, dass man damit überhaupt ein E-Bike laden könnte. Eine Kamera vielleicht noch, ja, vielleicht auch ein Smartphone, alles gut, wäre da möglich gewesen. Und dann kam irgendwann mal die Industrie auf die Idee, oh cool, müssen wir dann irgendwann mehr Strom in irgendwelche Geräte hineinbekommen oder mehr Energie, sagen wir mal, in Geräte hineinbekommen. Dann haben wir ja diesen doofen USB-A-Stecker, also ganz normalen kleinen Eckechen, der nur maximal diese 10 Watt abkann bei der alten Konfiguration. Dann entwickeln wir mal einfach mal einen Standard, der eigentlich auch keiner wurde. Der hieß dann irgendwann Quick Charge und kann dann auch mal höhere Leistungen dementsprechend übertragen. Und das war so der Anfang da davon. Tja, und dann kamen wir in den Bereich USB-C. Die Welt wurde in Ordnung oder auch nicht und wir haben uns dann mal diesen coolen kleinen runden Stecker oder diesen verdrehbaren Stecker geholt, wo man dann in beide Richtungen einstecken kann, was ja Apple mit dem Lightning schon Jahre oder Jahrzehnte davor hatte. Aber sei es drum, dass man halt auch beim Einstecken nicht immer dreimal versuchen muss, bis einmal der Stecker dementsprechend reinpasst. Und das Problem schon aktuell von diesem Thema auch Smartphones und Ladenormen, Ladebuchsen genormt oder vorgeschrieben, diese Ladenormen dahinter sind so vielfältig, dass es da auch keinen Standard gibt. Das heißt, ich muss mir dann eh, wenn ich mir wieder ein Gerät hole, eh das passende Ladegerät zu meinem passenden Endgerät dementsprechend holen. Jetzt kommen wir aber zurück nach dem kleinen Ausflug in die Geschichte von USB-Standards und USB-Geschichten. Können wir noch viel tiefer eingreifen, weil das Thema Power Delivery, von dem wir hier reden wollen auf USB-C, ist auch noch nicht Ende der Fahnenstange und es wächst auch immer noch jeden Tag weiter und jeden Tag gibt es neue Normen, die dementsprechend auch wieder höhere Energien aus so einem Kabel rausquetschen. Jetzt auch der Punkt. Kann ich mein E-Bike mit einem klassischen USB-Kabel aufladen? Oder könnte ich es? Also mit dem USB-C-Kabel könnte ich mir vorstellen, wäre das technisch möglich. Technisch. Davon gehen wir jetzt mal aus. Von realistisch und sonstigen Dingen, da habe ich nachher noch ein paar Sachen dazu zu sagen, wo ich da Probleme sehe. Technisch könnt ihr mir aktuell rausquetschen, auf dem aktuellen Standard von USB-C mit Power Delivery könnte man rund 240 Watt aus diesem USB-Port herausquetschen. Voraussetzung des Ladegerätkans und des Ladekabelkans. Natürlich, die Illusion, mein zehn Jahre altes oder fünf Jahre altes Smartphone-Ladegerät würde es nicht können, weil es einfach die Normen gar unterstützt wegen dem Thema EU-Verordnung und macht die Sinn, nämlich dann schon wieder gar nicht mehr. Da brauche ich halt auch wieder beide Komponenten, sowohl Ladegerät als auch Ladekabel, wo auch mal den Strom tragen kann und zum Zweiten halt auch die genügend Energie rauskommt. Spannendes Thema. 240 Watt. Cool. Langt ja. Können wir doch ein E-Bike mit aufladen. Aktuelle E-Bike-Ladegeräte haben in diesem, ich nenne mal einfach so 4 Ampere-Größenordnung, so circa 180 Watt, was sie dementsprechend an Strom in so ein Fahrrad reinpumpen. Auch ganz cool. Also sind wir ja mit dem USB noch weit drüber, also könnte man einfach auch noch sagen, wäre ein Schritt nach vorne. Sogar diese klassischen großen 6 Ampere-Charger von Bosch, die könnten dann vielleicht sogar auch mal sagen, ich kann dann mal mit fast 270 Watt Strom in so ein Rad reinpumpen. Das schafft mit USB-C nicht mehr. Gehen wir mal zurück zum Thema klassischer Charger mit 180 Watt plus minus, wäre realisierbar. Jetzt kommen so ein bisschen meine Gedanken dazu, wo ich sagen muss, ich finde diese Idee, ein E-Bike mit USB-C oder mit USB aufzuladen, für meinen Geschmack aktuell noch mehr als ungeeignet. Wir haben mehrere Faktoren. Einmal, also was gehen würde, Stromtragfähigkeit, wenn die Komponenten stimmen, wäre es möglich. Aber, wir müssen einfach eins sehen, schauen wir uns doch mal so einen E-Bike-Ladestecker an. So einen klassischen Bosch oder was auch immer, ist völlig egal. Die sind eins, relativ groß, relativ globig und natürlich auch. Die haben relativ dicke, fette Kontakte. Der Stromtragfähigkeit ist gar nicht so wirklich ein Thema. Aber gehen wir mal wirklich raus. Der kleine, filigrane USB-C-Stecker, den wir da haben, geht das? Nein, nicht wirklich. Wir sind mal draußen, irgendwann kommen rein in die Garage, haben Handschuhe an, haben vielleicht im Regen gefahren, haben dreckige Hände oder dreckige Handschuhe und das ganze Bike ist eingesaut. Und dann puhle ich mir so einen kleinen USB-C-Ladeport auf und stecke dann mit dreckigen Händen oder komplett versifftem Rad einen Mini-USB oder so einen ganz normalen USB-C-Stecker in mein Rad rein und den Dreck gleich mit in die Ladebuchse, die ich mir reinschaffe. Da sehe ich das Problem. Einfach, die Hardware ist für einen E-Bike-Laden viel zu klein, dass es mechanisch ist auf Dauer dementsprechend mitmacht. Klar könnte man jetzt sagen, die Kommentare zulese ich jetzt auch schon wieder, ich habe mein Rad immer top gepflegt und passiert bei mir nie. Müssen wir ehrlich sein, 99% der Ladesteckvorgänge passen dann, ich komme von der Tour nach Hause, mein Rad ist siffig, ich bin es oftmals auch noch und habe dann einen Stecker, den ich auch noch vernünftig handeln kann und seitdem habe ich schon oftmals die Mühe, wenn ich kalte Finger habe, uns einfach nicht schön ist, den noch vernünftig herein zu bekommen, wobei hier kann ich einfach wenig kaputt machen. Ich habe eine relativ große Führung und viel Stecker als Masse. Also mechanisch sehe ich dahinter ein Problem, dass es überhaupt gehen könnte. Und dann kommen wir noch zum Thema Stromtragfähigkeit der Leitungen und Spannungsabfälle auf Leitung und maximal Leitungslängen. Wir wissen ja alle, wenn wir unser USB-C Ladegerät holen für das Smartphone und wollen eine super, 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 super Charging ausführen, sind die Ladekabel immer relativ kurz. Hat einen ganz einfachen Grund. Je länger so ein Kabel wird, je mehr Spannungsabfall habe ich auf so einem Kabel und ich verliere einfach da ein ganz kleines bisschen Leistung, dass ich deshalb nicht mehr das Kabel durchbringe. Das heißt, in meiner Garage brauche ich aber zwingend mal guten Meter bis Meter 50 Ladekabel, dass ich auch mein E-Bike vernünftig einstecken kann. Und da, wie der rechtste Grenze, sehe ich das Problem, mechanische Beanspruchung, kleiner Stecker, kurzes Kabel und und und. Und da sehe ich es nicht wirklich. Wenn wir die Glaskugel jetzt mal auspacken und die Ladennorm von USB einfach mal anschauen, könnte man sagen, ja, es könnte zukünftig irgendwas werden. Könnte. Glaube ich nicht. Die Stecker sind einfach nicht gemacht dafür und auch vom Thema Beanspruchbarkeit in der mechanischen Beanspruchung nicht dafür ausgelegt. Macht keinen Sinn. Da werden die Stecker einfach dementsprechend zu ergleiden und man braucht einfach zu viele USB-Ports, sowohl in Bike als auch Kabel, um das überhaupt zuverlässig und nachhaltig aufzuladen. Von der Stromtragfähigkeit, von der Energiemenge, was über USB-C laufen könnte, könnte es funktionieren. Da müsste aber, denke ich, noch viel Wasser der Bach nachfließen, um das System dann da dafür hinzubekommen. Mir wäre viel wichtiger, wenn mal irgendwann die Hersteller sagen können, mit dem E-Auto auch, wir führen einfach einen genormten E-Bike-Ladestecker ein. Das sind wir aber auch noch meilenweit davon entfernt, weil natürlich auch, ich müsste dann vielleicht sogar noch ein Ladegerät in meinen Rahmen einpacken oder mein Bike mit einpacken oder Motor, je nachdem, weil wir haben unterschiedliche Spannungen. Wir haben 36 Volt, wir haben 48 Volt Systeme und, und, und. Und wir haben natürlich auch außer unseren großen Platzhirschen, wie jetzt Bosch, wie jetzt Shimano, wie jetzt Brose, wie jetzt Yamaha, mal völlig egal, die in Europa ansässig sind, haben wir auch noch einen sehr großen asiatischen Markt, der auch noch Bikes reindrückt. Und die auf eine Norm zu bringen, wo dann sagen, dass sich Stecker auch noch da damit reinpassen, das sehe ich in dem Bereich aktuell von Mikromobilität mehr als unmöglich und fast, ja, undenkbar. Deswegen einen einheitlichen Ladestecker sehe ich da realistisch gesehen und aus menschlicher Sicht, dass es einfach aufgrund der Vielfalt der aktuellen Möglichkeiten eher unwahrscheinlich. Und solange wir noch bei Plattformen im Internet oder sonstigen Vertriebswägen uns mit fernöstlichen Rädern eindecken, sind wir auch als Verbraucher selber schuld dran, dass es da keine Normen geben kann, weil da kommt halt was kommt. Und das ist auch wieder der Grund, wo ich sage, abschließend der kleinen Laberrunde, wo ich immer wieder sehe, das Thema brennende Akkus und vielleicht auch mal warm werdende Akkus. Ja klar, wenn wir alles nur im günstig-günstig-günstig-Bereich holen, dann haben wir halt Probleme, die man vielleicht im Markenbereich, wo es nachhaltig gewesen wäre, sogar mit einem gebrauchten Fahrrad von Yamaha, Bosch und Co. wahrscheinlich nicht passiert wäre. Nun gut, hätte man eine kleine Gedankenaustausch-Glaskugelrunde, könnte es sein, dass wir mit USB-C unser Fahrrad aufladen können. Ich glaube, wird es wahrscheinlich nie kommen, weil es da viele Gründe dagegen sprechen und es einfach nur mal so ein Gedanke von mir war, um euch mit reinzunehmen in diese aktuelle kleine Video-Folge. Hat es euch gefallen, lasst ein Däumchen nach oben da, lasst ein Like da und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch, macht's gut und bis dann, ciao!